Oh, nein. Hilfe! Oh mein Gott! Was? Hilfe! Oh, nein. Warum ist hier Wasser? Warum ist hier eine Insel? Was ist hier schon wieder passiert? Alter! Nicht schon wieder. Ey, also wirklich. Wer auch immer mich immer hier hoch teleportiert, der soll mal bitte das ändern. Dass ich nicht immer in das Wasser falle. Alter. Nicht schon wieder. Jetzt bin ich schon wieder auf einer. Ach, Mann. Nee. Gut. Ähm. Jo, was mach ich hier? Warte mal. Ich würd sagen, ist Melonioshi hier? Melonioshi? Bist du hier? Wo bist du? Wait a second. Jetzt muss ich hier erstmal alles aufgraben. Ja, ich komm ja schon. Ich beeil mich. Wenn ich dich finden würde. Ah, hier. Hier ist irgendein komischer Stone. Ich hab Sand in der Fresse. Oh Gott, was machst du denn hier unten? Weiß ich nie. Oh, okay. Erstmal hier wieder das Loch stoffen. Hallo, danke, dass du mich befreit hast. Ja, kein Problem. Jetzt ist hier ein... Okay. Hier wohne ich. Hier wohne ich. Ähm, ja gut, ne? Also, hast du eine Ahnung, wo wir hier sind? Äh. Miami Beach ist es schon mal nicht. Miami Beach ist es schon mal nicht. Ne, glaub ich nicht. Ich glaub Miami Beach ist ein bisschen größer. Ähm. Also, irgendeiner hat mich wieder da ganz hoch in den Himmel geschickt und ich bin wieder ins Wasser geplumpst. Und das ist keine gute... Ich hab mir Faszien die Hosen gemacht. Ähm. Von da oben. Von da oben. Ich kam aus der Sonne hinaus. Gefühl. Hast du Arschklatscher gemacht. Ja, hab ich Arschklatscher gemacht. Ähm. Jetzt ist bloß die Frage, wie sind wir wieder hier gelandet? Weiß ich, ne. Ich auch nicht. Ich wollte eigentlich schlafen. Auf einmal wach ich hier auf. Okay. Ich weiß gar nicht mehr, was ich zuletzt gemacht hab. Ich glaub, ich wollte einfach nur mein Müsli essen. Und... Müsli? Ja, Müsli. Schönes Müsli mit Milch. Äh. Ja. Und dann plumpse ich hier auf einmal runter und jetzt hab ich Müsli in der Hose. Ähm. Ja gut, ne. Ich würd sagen... Keine Ahnung. Vielleicht war das... Stimmt. Vielleicht war das doch hier. Hier Professor Doktor, Professor Doktor Timo. Erinnerst du dich noch an den? Professor Timo? Professor Timo. Ja. Mit Zeitmaschine. Der... Der komische Typ mit der Zeitmaschine. Ja gut. Ja. Und damit... Recht herzlich willkommen zu einer... Neuen Folge... Beziehungsweise zu einem neuen Projekt. Und zu der ersten Folge Minecraft... Underwater. Ja. Ein neues Projekt. Äh. Und damit auch der Beginn einer... Neuen Saga. Nämlich der Mellon Fox... Saga mit mir und... Melon Yoshi. Hallo. Genau. Das ist ein Projekt mit mir und Melon Yoshi. Und... Ja. Ich wünsche euch viel Spaß... Beim Zusehen... Beim Mitfühlen... Beim... Getriggertwerden von manchen Dingen... ETC. Und... Weiter geht's... Mit der Folge. Okay. Äh... Gut, ne? Was machen wir jetzt hier? Äh... Das ist eine ganz kleine Insel. Weit und breit ist keine Insel. Außer, ich glaub... Da hinten hab ich was. Ja, da hinten ist ne... Kleine Insel. Ja, aber das scheint nichts Großartiges zu sein. Ähm... Ja, gut, ne? Ist hier sonst noch irgendein... Such mal irgendwelche... Irgendwelche Dinge ab. Oh mein Gott. Hier ist die Kiste. Wo? Hier hinter dem Baum. Warte. Ey, wenn die jetzt von Professor Dimo ist. Ein Buch. Ist auf jeden Fall nicht wohl. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist nicht wohl. Ein Buch. Punkt, Punkt, Punkt. Hallo Melon, Yoshi und Missy the Fox. Ihr seid hier gelandet, um eine Mission zu erfüllen. Doch welche sie ist, müsst ihr selber herausfinden. Danke. Danke. Also, um es zusammenzufassen. Wir haben eine Mission. Wir wissen aber nicht welche. Perfekt. Ihr werdet es erkennen, wenn ihr es erkennt. Hä? Mist. Was? Was? Ihr werdet es erkennen, wenn ihr es erkennt. Okay. Kurt Sensei geworden, oder was? Kurt Sensei. Sensei, uh. Beschützt es. Was soll man beschützen? Die Truhe. Es gibt 50 Seiten. Jetzt muss ich nach hinten... Alter. Ach du Scheiße. Jetzt muss ich die ganze Zeit nach hinten klicken. Okay. Folge 50. Folge 50, genau. Page 50. Rettet es. Mit freundlichen Grüßen. Unbekannt. Hey. Geh weg. Ich muss die Truhe beschützen. Ich muss die Truhe beschützen. Hey, ja. Ist gut. Chill. Okay. Ich muss die Truhe mit meinem Leben beschützen. Okay. Äh, gut. Okay. Jetzt ist halt die Frage, ne? Also... Ich hab vier Herzen verloren. Ich hab dreieinhalb. Also, warte. Jetzt hab ich viel. Da bleibt jetzt fast es doch. Ähm. Okay. Also, wir haben jetzt gerade... Wir sollen irgendwas beschützen. Wir haben irgendeine Mission. Wir sollen irgendwas retten. Und wir wissen nicht, was. Das ist schon mal eine sehr gute Voraussetzung. Ich würde sagen, wir fällen den Baum. Ich fälle den Baum. Ich fälle den Baum. Ja. Ich fälle meinen eigenen Baum. Okay, ich hab eine Werdenbache. Ich will hier einen Baum haben. Es wird schon Nacht. Und ich hoffe, ihr seht das. Und ich weiß, ihr seht nichts. Ich seh auch nichts. Aber, ey. Ähm. Ähm. Ja, cool, ne? Ich hab Holz. Ich kann nicht mehr rennen. Dort kann ich. Ich bin zum Flöt gewesen, nur zum Rennen. Okay, ich hab ein Wohnzimmer. Ich steck fest. Ich komm hier nicht mehr hoch. Alter. Wo bist du? Hier unten. Und wo? Hinter dir. Hä? Ach egal. Ich war hinter dir. Ach da. Wir brauchen Fackeln. Wir brauchen Fackeln. Ja. Das ist gut, wenn ich Bursspieler und weiß, wie man Fackeln herstellt. Ja. Wir brauchen Stein. Und dann braten wir Holz. Genau. Dann kriegen wir Holzkohle. Aha. Plotwist. In dieser Version gibt's keine Holzkohle. Echt? Ich weiß es nicht. Hä? Warte mal. Holz. Wollen wir mal holen. Doch, gibt's. Gibt's? Okay, perfekt. Gibt's. Okay, wir haben hier wieder ein paar Mods. Ähm. Ja. Ich kenn dieses Modpack absolut überhaupt nicht. Nicht auch nicht. Nicht. Ich kenn zwar einzelne Mods davon so ein bisschen, aber das große und ganze Modpack, ich kenn's nicht. Ich hab's nicht ausprobiert. Ich hab mich noch nicht von spoilern lassen. Ähm. Digga, es wird die halbe Insel durchhüllt. Ich werde vielleicht eine Modliste davon erstellen, wo ich quasi reinschreibe, welche Mods ich verwendet habe. So, wir haben auf alle Fälle schon mal einen Ofen. Wenn wir jetzt das Boot hier noch abbauen. Misi? Ja? Hast du mich gekillt? Ja. Aus Versehen. Hey. Hallo. 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 Dämmt mir mein Holz wieder. Das liegt doch dort. Oh. Alter. Wir haben... Wir haben... Wir haben nur welche Atommods. Ja, wir haben eine Mods drin, wo wir quasi unsere Leichen haben. Nein. Rechtsklick. 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 Jetzt kannst du die hauen. Weiß nicht, ob die unsterblich ist. Was ist meine Leichen, Ruhe? Warte. Ich bin auch tot. Ach, wow. Ich mag die Mods. Ich mag die Mods. Jetzt ist bloß die Frage. Ja. Wo ist Eisen? Können diese Leichen irgendwie sterben oder so? Können die ja trinken? Hä? Leichen die sterben können? Nein, ich meine, können die irgendwie weggehen oder so? Wer weiß. Oh. Die Frage, die ich mir stelle. Und wo kriegen wir Essen her? Äh, ja gut, ne? Also ich würde sagen, wir machen müssen dann noch... Äh, irgendwie diese sich hier... ...die hier diese Insel schöner machen. Ich habe Essen. Du hast Essen? Wo? Einen Weizenkörner. Zwei Weizenkörner. Oh mein Gott. Ich habe hier schon alles so beleuchtet und so. Woher hast du das Eisen? Gefarmt. Von wo? Von der Höhle. Nein, ich habe mich bisher runtergebuddelt. Okay. Ach so, hier. Jetzt frage ich mich bloß, wie sollen wir hier manche Ressourcen kriegen? Wie denn die vier Ressourcen? Na, Betten und so. Geweckt, das ist meine. Hey, wir sind hier ein Team. Das ist meine. Ne, ich erzähle mir irgendwie ab. Na? Hallo. Das ist meine. Gleich nicht mehr. Doch. Alter, nicht gleich so aggressiv. Ich habe da extra Birkenholz dafür. Jetzt sehe ich unten diesen Nebentext von diesen Leichen, Alter. Vielleicht despawnen die einfach. Ich will es hoffen, dass die despawnen. Ich habe mich halt über solche... ...über die Mods halt nicht informiert. ...das machen. Wir sind ein Team, ne? Doch. Das weißt du. Das heißt, du brauchst... Ja, sind wir. Ja, ja. Bitteschön. Oh mein Gott, danke. Jetzt habe ich mir gerade eben ein Steinschwert gecraftet. Danke, ihr Kassner. Bitte. Ich habe übrigens noch was. Gebaut. Es ist was sinnlos, aber ich fand es einfach lustig zu bauen. Was? Unter Wasser? Warte. Warum hast du ein Feuerzeug gebaut? Weil ich es lustig finde. Okay. Alter, dieses Loch, das muss gestopft werden. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal... Ich mache mir erstmal eine Chest. Da ist ja der Chest. Nein, das ist... Nein, das ist eine... Getting an Upgrade. Achso, weil ich mit... Achso. Ähm... Soll ich dir auch eine Chest machen? Eigentlich nicht. Eigentlich. Eigentlich nicht. Äh, ja gut. Was machen wir jetzt, ne? Wie kriegen wir Essen? Weizen. Wir haben keine Möglichkeit, irgendeine Ressourcen ranzukommen. Es gibt keine Höhlen. Wir sind nur... Umgeben vom Wasser. Wir müssen uns hier runter bauen. Ja, eigentlich halt schon. Soll ich dir helfen? Nein. Doch. Ja, ja. Kohle! Oh mein Gott, Kohle, Kohle, Kohle. Sorry. Aua. Äh, mein Team hatte ich mal so eine Kohle, aber... Ich habe zweieinhalb Stacks rausbekommen, Kohle. Echt? Ja. So krass. Okay, aber ich hatte auch eine Glückpick. Oh mein Gott, Eisen. Eisen, 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 Eisen. Genau, machen wir dann einfach... Oh mein Gott, Eisen. So viel tiefer. Ich höre... Ich höre Zombies, hier ist eine Höhle. Oh ja, ich höre es auch. Und Lava auch. Höhle wäre jetzt sehr gut. Alter, das wird immer lauter. Gold. Gold. Zombie Spawner. Oh mein Gott. Zombie Spawner. Nee, äh, Misi nicht abbauen. Wieso nicht? Junge! Willst du wieder Stress mit mir haben? Warte, wir müssen uns von oben bauen, das ist effektiv. Okay. Ach, Lolli, ist ja schon der Eingang. Da geht das für mich. Ah, perfekt. Wie viel sind das? Hilfe! Wie viel war das? Ich weiß es nicht, aber ich bin tot. So viel zu oben bauen ist effektiv. Ich baue mich jetzt hoch. Junge, das ist so laut. Da liegt doch mal eine Leiche. Ja, da liegt da eine Leiche. Mann, ich habe zweieinhalb Herzen. Ich bin oben. Okay, perfekt. Misi, hör auf. Geh weg. Warte. Atte. So. Für die Zombies. Was ist in der Kiste drin? Weizen. Tin. 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 Oh, Name Tag. Gürbis. Pumpkin. Okay, das ist Essen. Das ist gut. Guck dich mal ein bisschen hier in die Höhle um. Vielleicht willst du nämlich... Hier unten ist Lava. Ah, hier ist Eisen. Lava ist gut. Hier ist Kohle. Das weiß ich nicht, wo du langgegangen bist. Hier ist so eine Lavasee. Das Problem ist, wenn wir jetzt verräten, na? Unser Inventar-Stuff ist hier unten. Oh, ich habe mega viel Eisen gefunden. Echt? Ich habe mega viel Kohle gefunden. Kohle mitnehmen. Ich glaube, erste Folge Full Eisen. Ja, gefühlt halt schon. Wirklich? 24 Eisen für eine komplette Eisenrüstung. Okay, ich habe 21 Eisen. Ich habe aber auch noch 13. Naja. Sind 48 Eisen insgesamt. Oh, hier ist Eisen. Oh mein Gott, hier ist ja eine übelst große Höhle. Wo du langgegangen bist. Ja, hier. Lol. Nö, das Eisen noch mit. Okay, jetzt habe ich 19. Das ist Lava. Oh, Redstone. Oh, die Fleder muss ich gerade verletzt. Wer ist denn nur mit der Eisenpicke? Hier ist weiterhin Eisen. Ich habe ein Skelett gefunden. Hier ist Gold. Irgendwie habe ich hier das Gefühl, dass die Ressourcen hier sind. Ich habe Lappes. Hier ist noch eine Lavaquelle. Okay, und hier bin ich wieder hier. Bist du ja richtig gut eigentlich gerade? Ja. Also andere Ressourcen meiner Ziele. Ich habe volle Herzen. Ich habe ein halbes Herz. Ein halbes. Nicht mich schlagen. Easy. Kannst du noch weiter gucken. Aber ich muss jetzt hier raus erstmal. Ja, ja. Okay, also wir haben einen halben Stack Kohle. Also kann ich mitnehmen. Wetzt dann brauchen wir nur nichts. Aber so ressourcentechnisch ist das nicht ganz gut hier, oder? Mein Gott, hier ist es übernommen. Was für eine PK hast du? Stein. Okay, kannst du keine Dias abbrauchen. Wenn du Dias findest, nicht abbauen. Die werden wir halt dann abbauen, wenn wir Glück haben. Okay. Okay, easy. Das soll ich erstmal hier auch rausnehmen. Ja, doch, wir brauchen müssen ja zuerst Dias von... Encharming Table. Ja, stimmt. Also Dias, die ersten Dias müssen wir so oder so abbauen. Die ersten 5 Dias mitnehmen. Ah, hier ist deine Leiche. Ich würde sogar sagen, für die heutige Folge wäre es das sogar für den Höhlengang gewesen. Ah, hier liegen uns zwei Leichen noch. Deine. Ah, ne, das bist du, ja. Komm, Steffen. So, ich mach's jetzt hier raus. Ich hab mir sogar eine Schaufel gemacht. Fuck, hier spawnt, Zombie. Hast du die Fackel da abgebaut? Nein. Nicht? Am Monster Hunter. Okay. Keine Setten Dias, eigentlich kein... Probier mal die Fackel seitlich am Spawn anzubringen. Da müsste er dann nichts mehr spawnen. Fackel seitlich anlegen. Ja, ne, ich bin jetzt wieder draußen. Ja, aber wir müssen uns erstmal um Holz und so kümmern. Erstmal an Nahrung. Äh, Holz, hab ich gerade gesagt. Holz, ich meine Nahrung. Holz, ich hab so an Tools gedacht und da hab ich gesagt Holz. Nee, an Nahrung. Mach mal dein Eisen mit in den Ofen rein. Ich hab auch noch Kohle. Kohle brauchen wir jetzt nicht. Ich hab Kohle reingemacht. Wir werden gucken, dass wir erstmal für jeden so eine Rüstung machen. Eine Eisenrüstung. Ich muss die Öl-Insel ein bisschen verunschönern. Nein. Ich muss das machen kurz. Ich muss nur die eine Fläche hier abtragen. Wo bist du? Ohne in der Höhle. Ich muss nur die eine Fläche hier abtragen, wo unser Ofen und so draufstehen. Nur die Fläche muss ich da wegmachen. Wieso musst du die Fläche wegmachen? Ich bin Profi, ich weiß, was ich hier mache. Du bist gar kein Profi. Du musst nur hier die Fläche hier wegmachen. Nur hier diese Fläche will ich wegmachen. Du musst die Fläche wegmachen. Aber mit Tieren spawnen. Vertrauen ja. Ich weiß, was ich mache. Dieser Baum muss weg. Nein, lass den Baum. Der Baum muss weg. Jetzt haben wir hier erst mal eine größere Fläche. Somit könnten hier vielleicht, wenn auch mal das alles hier weggeht. Was ist das denn hier für eine Scheiße? Was ist das? Eigentlich, das war mal so ein übes großer Baum. Den habe ich dann abgetragen und jetzt ist anscheinend, naja, keine Ahnung. Na, hier sind bestimmt noch irgendwo Holtstämme. Ja, hier ist eins. Was ist noch ein? Beim Monstersborn, soll ich mir schon mal eine Eisenpicke machen? Ja. Da kann ich nochmal in die Höhle gehen. Ich kann schon mal Rüssel für mich machen. Was soll ich noch? Hier ist ein Ironpicke. Soll ich auch schon mal Rüstung für mich machen? Warte, ich kann hier fast dieses Eisen geben. Kann ich dir gegeben? Ja. Kannst du dann sofort machen. Perfekt, danke. Ich habe 28. Hast du Erde noch? Nein. Was ist nicht? Ich noch Erde? Nein. Egal. Erde? Habe ich nicht. Scheiße. Was tust du? Eine Fläche bauen. Für? Hier können die Mobster uns bohren. Aber das einzig Gute ist, sie können keine Monster jedenfalls nicht so krass bohren. Zwei Eisen hast du gesagt, brauchst du? Zwei Eisen brauche ich. Danke. Jetzt will ich was ausprobieren. Jetzt brauche ich meinen Chess. Und... Jetzt... Eisen... Und... Ah! Ha! Hä? Lol. Ach lol, jetzt ist hier viel mehr Platz. Wie hast du das gemacht? Ich habe einen Upgrade geholt. Hast du einen Upgrade geholt? Ich... Äh... Hier... Wir haben eine Iron Chess... Mod. Ach, wir haben sogar... Was? Wir haben sogar... Obsidian. Ich dachte, diese Iron Chess Mod... Ist bloß für eine Eisenkiste. Nein. Das ist für alles mögliche. Und da konnte man... Konnte man sich einen Upgrade holen. Ich wollte zuerst diese Mod nicht reinmachen, weil ich dachte, das wäre halt bloß... Ein so eine... Ich kenne ich. So eine Eisen Chess. Aber das ist ja auch Obsidian... Und was man hier alles hat. Halt die... Einige Insel besteht hier nur aus Sand. Bin ich ein bisschen blöd. Perfekt. Ich habe jetzt auch eine. Iron Chess. Ja. Aber die ist gut. Dann das nächste Upgrade ist Copper Chess. Aber... Keine Ahnung, wie man Copper bekommt. Und... Und dann Iron to Gold. Und die ist tatsächlich leicht zu craften. Die können wir uns sogar auch craften. Alter, was gibt es hier? Scheiße, wir brauchen einen Huhn und... Crystal Chest? Der bräuchte mir einen Obsidian und Glas. Äh... Gibt es ja in der Nähe irgendwie Inseln? Es gibt bloß die da hinten, aber eigentlich nicht. Du kannst mal gucken fahren, aber... Ich glaube nicht. Ich brauche nämlich gerade. Warte mal, wie viel brauche ich jetzt? Alter, das Eisen, was ich gefarmt habe, hat genau ausgereicht. Für meine Goldhose noch. Und für diese Chess. Jetzt haben wir genau unser ganzes Eisen aufgebraucht. Aber genau. Nichts ist übrig geblieben. Lol. Krass. Welche Richtung gehe ich? Ich gehe mal Norden gucken. Ja. Geh mal gucken. Hm. Insel. Echt Insel? Insel, Ahoi. Schafe. Schafe. Nahrung. Essen, Essen. Warte, ich komme auch mal mit mir. Von der Spinne. Höre ich. Einfach Richtung Norden. Ist das eine größere Insel? Ja, das ist eine riesen... Also... Oh, die Riese, weiß ich nicht. Aber das ist eine große Insel. Ich kann reden. Komm mal zu mir. Wir klauen die Schafe. Komm mal her, Schaf. Ab in mein Boot. Ich habe ein Schaf. Müsstest du mal nachkommen. Zuckerrohr. Ach lol, hier, Tatsache. Eine riesengroße Insel. Komm mal zu mir. Ist das Festland? Nimm mal das eine Schaf hier mit. Nimm das Schaf hier mit. Hier bei mir. Weiß ja nicht, wo du bist. Hier. Hier hinten sind auch Schafe. Nimm einfach irgendeins... Warte, das sind Kühe. Kühe. Lass Kühe mitnehmen. Obwohl, Schafe brauchen wir auch. Nee, Kühe sind wichtiger. Ich klatsche die Schafe hier um. Also, ich kann mir ein Bett machen. Kühe nicht töten. Oh, 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 oh. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Was ist? Ich war attackiert. Angriff. Hast du noch Wolle für mich? Ich habe drei Stück. Bei dir waren da auch Schafe. Ja, aber da ist jetzt das Skelett. Scheißdreck mit dir, Skelett. Weg mit dem Skelett. Jetzt ist da kein Skelett mehr. Nee. Töte, ich klatsche mal die Schafe um. Hab ich. Okay. Jetzt hast du Wolle und Nahrung. Und wir gehen jetzt zu den Kühen. Hallo. Gehen zu den Kühen und nimm die mit. Ja, aber ich habe, warte, wo ist mein Boot? Hm. Hier ist Edgar. Edgar? Also, ich würde mal lieber alle Tiere, die wir brauchen, mitnehmen. Weil wer weiß, was hier alles passiert. Also, es kann auch sein, dass hier, keine Ahnung, was passiert und... Immer eine Kuh mit. Ach, es sind genau zwei Kühe. Und nicht, dass wir dann nicht mehr zu der Insel hier zurück... Oder, warte. Scheiße, Entschuldigung. Nicht, dass wir dann irgendwie... Okay, Schweine brauchen wir nicht notfallsweise, aber Kühe. Warte, hier. Deine Kuh. Hier. Kuh für dich. Weil ich würde alles mitnehmen, was wir kriegen können, was wir brauchen. Weil es kann sein, dass eventuell dann in der nächsten Folge oder in der übernächsten Folge halt dann alle Inseln schon... Also, dass wir nicht mehr zu den Inseln zurück können. Warum das? Ich weiß es nicht. Entschuldigung, Kuh. Das kann sein. Jetzt habe ich die Kuh geschlagen. Entschuldigung. Das wird für mich schon wieder einen riesengroßen Spaß. Wir tun noch die Kühe hier... Transportieren. Und dann wäre es das, denke ich, für die Folge gewesen. Wir bräuchten Hühner, dann können wir Kürbiskuchen machen. Nein, mein Boot! Ach, scheiß drauf. Wo ist mein Boot? Kühe, kommt mal her. Ich habe Weizen für euch. Da ist mein Boot. Hilfe. Bitte. Dein Baby. Nein. Nein, 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 nein. Nicht verrecken. Ich hole deine Leiche. Nein, meine XP. Nein. Geil. Jetzt hatte ich von sieben XP. Habe ich nur noch nicht mal mehr einen. Nein, ich sterbe auch. Scheiße. Nein, ich sterbe auch. Nein. Nimm die. Aber nichts von mir klauen, bitte. Oh mein Gott. Anderthalb Herzen. Alter. Schwede. Ja, das mitnimm. Ich schneide meine Leiche noch, restliche Leiche noch blühen an. Ich stelle die Leiche, verschwinden lassen. Habe ich alles? Nein. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder sterben. Nein, ich sterbe schon wieder. Alter, hier sind jetzt schon drei Leichen. Aber wir können ja auch nichts dafür. Ja, vielleicht hätte ich mal dem Boot nicht folgen sollen. Ja. Ich werde mich mal mit der Mod, die die Leichen macht, informieren. Ob es da noch irgendwie einen anderen Weg gibt. Unsere, wie einfach nur drei Leichen liegen. Freunde, ich würde sagen, das wäre es für die Folge gewesen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Dieses Projekt ist schon seit einigen Wochen in Planung. Und ja, deswegen lasst ein Like da. Die ganze Mühe, die wir uns hier machen, lasst ein Like da, abonniert, aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen. Das würde mich sehr, sehr freuen und das ist kostenlos. Danke fürs Zusehen. Haut rein, Leute. Bis zur nächsten Folge. Und ciao. Ciao. Wir haben noch eine neue Babykuh. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.